Ich stehe da! Ey, ich kann nichts machen, Leute! Ich stehe da! Krass, ey! Das ist Wahnsinn! Ich stehe da! Schüscht er mir noch, Alter! Wahnsinn, ey! Schau mal, schau mal, was macht der Dreier da, ne? Mitte! Ey, das kann nicht sein! Ich will wieder auf cool machen in die Mitte! Und jeder checkt... Was? Was war das? Was war das? Oh mein Gott, klipp! Bitte klipp das! Bitte klipp das! Was war das denn? Oh mein Gott! Das war Willi Luck! Sydney Friede! Sydney Friede! Sydney! Sydney! Brasilien? Stürmer? Nein! Ernein! Sechundneuzig! Hahaha! Fika, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie Riberi ausgerutscht ist? come on come on come on ein verletten pass wie ich es gedrückt habe und nicht wie ihr es wollt alter bitte nicht mehr korrigieren weil ihr Hurensöhne seid ihr korrigiert das als ein Hurensohn Style und ich will keinen Hurensohn Style haben in meinem Spiel ok hört auf meine Pässe zu korrigieren meine Fresse alter jedes mal den falschen Pass jedes einzelmal ist das nicht wo ich es hindrücke ihr verfickten Idioten ich glaube ab hier one touch jetzt zack 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 soll ich auf Dreieck drücken reing ... oh mein gott Digga let's go Männer geil let's go oh mein gott alter geil let's go ha einfach ein neuer Prime Hike oh mein Gott Das ist jetzt in der neunachtzigsten. Was? Wo ist denn noch Cavani da? Wenn der sein Schädeldecke nicht gebrochen hat. Der ist ja komplett gegen die Latte gescheppert. Ich schieb mein Leben. Der hätte ein Seiltum gemacht. Dann nehme ich lieber Gold ein. Hä? Nein! Ja! Was ist das für ein Tor? Ryan kennt Silberkarte. Ich dachte gerade, was ist jetzt passiert? Oh mein Gott, und dann geht er einfach noch rein. Schau mal, da ist ein Rücken. Was sehe ich hier für Tore? Warte, halt den Ball auf. Borussia. Einmal klippen. Was kostet die 82er? Die sind wahrscheinlich nicht zu bezahlen. Walkout? Oh mein Gott! Messi! 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 Was? Messi! Nick zieht Messi! Messi! Äh... Okay. Ein Wurf für den Gegner. Der Später ist 50-50. Oha, wie er mich unnimmt! Shiri, hast du es gesehen? Shiri! Klipp einfach! Bitte mal, klipp der Bot einfach! Nein! Ja! Oh mein Gott! Ja! Nein! Boah! Was? Ja, endlich! So, Brasil, LF, dann hat sich das Ding hier erledigt. IV! Ramos! 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 Da ist er doch, Digga! Und da hat sich's doch mal gelohnt hier! Der Boss! Sergio Ramos! Boom! Danke ihr! Hey! Was war das? Klip, jungen! Klip, klip! Jungen, klip! Ja! Uhhhhhhhhh! Missgeburtengame! Auf Wurf, Wurf einfach! Wurf! Nein! hoje wieder ein nicht jetzt nicht dass mich nicht hallo ja kommst du oder nicht Gönn Schiri Gönn! 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 Scheiße, das ist aber Van Dijk, das wird nicht, oder? Scheiße, das ist aber Van Dijk, das wird nicht, oder? Junge, wie sieht das aus? Die drei Tore in der 90. Gönn Schiri Gönn! 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 Vielen Dank. Wie spricht man den denn aus? DJ Ene. DJ Ene oder Messi? Die Chance. Ein tolles Tor. Nee, von Aldi. Ich gehe immer bei Aldi einkaufen. Weil da ist so eine geile Kassiererin. Ich schaue die mir immer gerne an. Ich habe sie schon vor einem Jahr angemacht, aber sie hat sie verlobt, hat sie damals gesagt. Und dann habe ich ihr zu gesagt, okay, dann komme ich regelmäßig vorbei zum Gucken. Fand die mega witzig, aber hat nichts gebracht. Der Abschlag ist eben völlig... So, ich bin wieder da, Alter. Ah, scheiße, Mann. Alter. Alter. Alter.